Gott hat uns speziell erschaffen, menschliche Generationen begannen von Adam und Eva, sie gebar kein, Abel und Seed. Abel und Seed zeugten ebenfalls, ihre Kinder brachten auch andere zur Welt, und die Liste wuchs weiter. Die Menschen haben die Erde gedeihen lassen, um Gottes Vorräte zu genießen, die heute allgemein als Natur bekannt sind. Einige von Adams Nachkommen werden erwähnt, Adam, Sheed, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Metusala, Lamech, Noah, Shem, Hem und Japheth. Eine Chronik 1, 1-4 Lektion Gott hat die Menschen speziell dazu gebracht, die von ihm geschaffene Erde zu gedeihen. Aus unzähligen Kreaturen, die er gemacht hat, hat er den Menschen besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Er gab uns, menschliche Seele, und die Fähigkeit, andere Kreaturen zu dominieren. Tatsächlich kann Gottes Gunst und Gnade gegenüber der Menschheit nicht überbetont werden. Das Mindeste, was wir tun können, ist, den Schöpfer zu schätzen und ihm mit aufrichtigem Herzen zu dienen. Gebet Ich danke dem Allmächtigen Gott, dass er mich nach seinem Bild geschaffen hat. Ich schätze ihn dafür, dass er mir seinen Geist und eine Seele gegeben hat. Ich danke Gott wirklich, dass er mich zu einem Menschen gemacht und mir die Herrschaft über andere Dinge gegeben hat, die er geschaffen hat. Ich bitte meinen Gott nur, mir die Fähigkeit zu geben, ihn mit meinem Leben zu befriedigen. Ich bitte um Gottes Gnade und Barmherzigkeit, um seinen Wünschen nachzukommen, damit ich immer als dankbares Kind anerkannt werden kann. Möge die Gnade des Allmächtigen Gottes jetzt und immer für mich ausreichen. Denn im Namen Jesu Christi mache ich meine Bitten. Amen Amen